so wollen wir mal gucken wie wir hier noch ein bisschen vorankommen also bei der LifeWire gibt es jetzt bald wieder ein Gefecht mit relativ vielen Dudes. Ich werde es mal versuchen mit einem Raketenwerfer. Hier oben findet noch die Heilung statt. Wir haben 83.000 also es wäre sogar noch mal eine Geschichte automatisch. Sieht gut aus. Ja war ja relativ easy. Da können wir auch einfach mal 86.000. Da können wir wirklich noch mal einen Satz Leute holen. E-Mails. Wichtig gibt es keine. Einsame Nächte. Was haben wir jetzt hier noch für Geschichten? Gar keine. Ich würde jetzt mit meinem Trupp würde ich hier einrücken, wenn sie durch sind. Ivan läuft ab. Ivan müssen wir definitiv verlängern. Ivan Kontraktex. Gut. Sehr schön. Das ist auch ein Scharfschützer. Fernangriff, der automatisch einen kritisch verursacht. Wenn der Angriff einen Feind tötet, geraten Feind in der Nähe in Panik. Das sind ja jetzt hier so die Elite, ne? Das ist auch ein Präzisionsschützer. Das ist auch ein Präzisionsschützer. Das ist auch ein Essen. Der ist auch so richtig gut. Robert James Sullivan. Der ist auch so richtig gut. Corporal Lian Anderson. Der ist jetzt noch am günstigsten von allen. Scope. Auch noch ein Scharschützer. Das wäre jetzt noch so eine, die man holen könnte. Dann würde... Wo ist er? Raider würde seine Waffe abgeben. Kriegt er für eine andere. Ist ja schon egal. Dann wären wir auch damit durch. Bobby Stereoide. Monika Thundergate. Die ist auch gut. Raven. Auch Präzisionsschützer. Hier haben wir 39.000. Warten wir erstmal eben nochmal. Okay. Okay, wenn wir hier runter laufen, da können wir auch glatt... Den Außenpasten noch holen. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte hier lang. Machen wir gleich. Komm mal, Mann. Deal die damn Cards. Wir haben zu gehen. Ah, Bruton. Enough with your whining. Just play the time game. 72.000. Gut, alle erschöpft. Super. Wir starten aber in der Nacht. Da nichts ahnt. Da nichts ahnt. Dann mit zwei drin. Okay. Mmh. Was ist das? Ach der hat die, der hat die ja gar nicht mehr. Ach, ich wollte mit der Machete. Da explodiert es gleich wieder. Oh, schwere Weste. Schwere Weste kann man mitnehmen. Ist es hier oben oder was? Ich glaube nicht. Ja, du kannst es ausstellen. Hier wird Munition verdrahtet. Oh, das war es ja schon. Gibt es hier noch was? Granaten sind auch mal gern gesehen. Kräuter brauchten wir auch. Oh, Zebra. Alles klar. Jetzt müssen wir es tatsächlich noch hier rüberlaufen. Beri Unger. Ja, Beri, geh mal gucken hier. Ein G36. G36 ist ja nicht ganz verkehrt, ne? Ja, die müssen sich jetzt hier einmal kurz malen. Erholen. Sehr gut. Mit der Ausgebildenden Siege im Kampf. Okay. Live Warrior, was machen wir mit dir? Müssen wir hier diesen Außenposten. Müssen wir auch mal holen. Wir haben ja acht Milizen. Wir haben ja auch acht Milizen. Vier Milizen. Da gehen wir nicht hin. Die ist versiegt. Das bräuchte ich hier eigentlich auch gar keine. Cashew. Schauen wir mal, was wir hier am Hafen machen können. Der Maulwurf, der Name, der kommt doch schon. Ich habe alles, was er braucht, zum richtigen Preis. Es wär gut sicher nicht. Für die richtigen Pläne, selbstverständlich. Sie haben großartige Sachen zu sparen. Etwas über da drin ist. Bewort nackig. Warte mal, ist es da vielleicht auf dem Tisch, das ist ja noch nicht mehr ... kommt schon los brauchen wir jetzt nicht hier was also das ist er jetzt hier wie wie der andere hafen also der der kopf gleicher aufbau wer hat denn ihr mörsergranaten gehabt ja was hackbares blendgranaten für eis hat schon ein loch zu sein leere kiste holspitz holspitz ist gut kalina mama hier falle auch sie ist technik er ist nicht technik einmal schluss knappen 50 splitter so schrott 500 und dann nochmal plünder also mörsergranaten haben wir hier schon mal genug nie nix alkohol das nehmen wir mit 97 88 auch der hat gar keine hose der läuft nackt rum so da haben wir das jetzt hier schon mal mal kurz gucken was wir geschrieben haben bauteile falle deaktivieren also klamotten gibt es hier richtig gute ja das kriegst du kriegst du das nehmen wir die hosen noch mit das sind wir hier drin ja risley machen wir das schloss auf bitte bitte ähm ich glaube Ivan ist nochmal einen tacken stärker ne versuche mal dein glück alles klar kommen wir jetzt eben mal nicht so rein boah hier gibt es richtig guten stuff ne im sektor b13 im sektor ein nachtclub also das könnte vielleicht zum club werden ich glaube aber nachtclub ist dann ja auch eher abends ne könnten jetzt auch eben hier warten bis zum abend ja 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 we do so wäre namens nachtclub da haben wir den nachtclub da haben wir mit dem hier reden hallo also hier haben wir eine offene tür da oben können wir nichts machen das sind aber viele da drin weggefaltet hat 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 kann ich dich erschießen also hier gibt es ja so ein cage fight genau wir müssten quasi hier hinten ja tatsächlich eine brechstange fern brechstange kaputt knacken können wir das ding auch nicht dann würden wir wenigstens von hinten dann also mal reinkommen gucken wir mal was hier so geht das ist ja eine mine siegfrieds wache so das kann alles mitnehmen das sieht hier auch sehr sehr sauber aus hier ist doch keiner mit dem man so reden könnte das das ist du das ist das ist du Ammo? Wir haben Infos erhalten. Wir wählen immer wieder etwas namens Diesel. Das sind ja hier alles so neutrale Orte, ne? Oh, das ist was für ein Dingens. Und wir haben noch eine Brechstange. Das ist gut. So, Tyler, Brechstange. Nehmen wir nochmal einen Grizzly. Ivan kriegt das. Äh, kombinieren mit ähm. Kombinieren mit äh. Kann man mit keinem quatschen, ne? Das sind aber Elite Sachen. Ja, ne. Soll das eigentlich nur da unten rein. Hier oben haben wir ein Haus. Du nimmst mal alles davon mit. Dann lass mal hier oben hin. Siegfried von Essen. Wir haben ja was Hackbares gefunden. Ähm, Grizzly könntest du... Ja. Ja. Kein Problem. Igor, great at Spottingpicks. If you were my guests, I would offer you some of my finest selection of brandies. However, I do not recall inviting any of you into my house. So, perhaps you will forgive me if I ask a blunt question. What do you want? Uh, door was open? Hey! Has anyone ever told you that you look like a KFC guy? Who will soon be shot? If you don't give me a good explanation of your presence this very second. Don't think that I didn't notice you coming to Landsbach. I am perfectly aware of every step you make. aim mercenaries. I know you are after the diamonds. Everybody wants the diamonds. Do not be fooled. This is not a techno club. It is an arena. The dickers like to go there to satisfy their base desires. They drink. They gamble. They fool around with girls. And they fight. Sometimes to the death. Yep. The club is open every night in the warehouse near the docks. I let bombs handle this enterprise as I do not enjoy mingling with the maggots. Take this coin and show it at the door. Otherwise they won't let you in. Mhm. Da brauchen wir den Blatt. Ein Blatt ist ein guter Nahkämpfer. Mhm. 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 posing. Die Mäne ist stark gegründet. Meine Sicherheitskräfte sind sehr gut trainiert und gegründet. Ich würde nicht dare sie testen, wenn ich Sie wäre. Wenn sie das hier halten, habe ich keine Probleme mit ihnen. Außer von vielleicht etwas Glut-Envy. Ich habe die Mäne gut gegründet für Gründe. Ich habe alle Werte, die ich brauche. Nein, die Mäne ist wichtig für mich, für die Werte, die großartig sind außerhalb der finanzielle Sicherheit. Ihre Familie hat ein Modellium dort? Ist es gegründet? Außer von die Dämonen, die um die Mäne ist ein Ort, wo ich andere Unternehmen mache. Das ist die Mäne. Die Mäne ist die größte Fälle für die Stadt der Landsbach. Die Mäne ist die größte Fälle für die Stadt der Landsebäck. Die Mäne ist ein wenig mehr als Heim. Bis ich kam und habe sie auf der Bühne. Wenn Sie in der Bühne fahren, gehen Sie in der Bühne fahren, gehen Sie nach hier, Sie sind ein wenig weniger als Heim. Du wirst die Docks finden. Und ein Ort, das heißt Nightclub. Es ist ein Verkaufsgebiet, das ich gebaut habe, um die Diggers glücklich zu halten. Wer kann zu kämpfen, zu kämpfen, zu trinken. All die Dinge, die von Lesser-Minds genießen. Wie die Puhren bleiben, Puhren, und die Reichen bleiben. Exhibit, motherfucking-Name. Da hat man ein Punisher T-Shirt an. Diesel. Ich weiß nicht warum, aber einige Gallen von es wurden von mir stolen. Es kann sich für dich aussehen, aber ich spreche nicht über die normalen Art von Diesel. Es ist sehr speziell für mich. Das könnte gefährlich sein. Diesel ist nicht die beste Ideale von Explosivien. Aber es kann immer noch eine Verkaufsgebieter werden. Ich brauche es zurück. Aber ich denke, dass das Sie tun. Es ist nicht etwas, was meine Männer geschafft haben. Aber ich hoffe, dass Sie das tun. Hilf mir, retrieve das, was vorgenommen wurde. Und Lanzbach-Diamond-Minds ist dein. Ich bin mit diesem Ort vorbei. Wer könnte es gestohlen haben? Ich denke, es wurde auswählte oder gut. Wie Sie sehen, ich nicht viel rausgekommen. Ich habe ein paar persönliche Kontakte. Sie sollten wahrscheinlich fragen in der Stadt, und sehen, ob jemand noch mehr weiß. Ein guter Ort zu beginnen ist der Nachtclub. Ich denke, dass viele der Patronen ein guter Beziehungsweise über die Kriminalität lokale. Hell yeah! Ja, wir gehen in der Klub und sagen, was geht? Wir schauen für einen Weasel. Wollen Sie über Diesel sprechen? Entschuldigst du mich, wenn ich dich nicht zeigen. Auf Wiedersehen. Vielleicht sollten wir das mal schauen. Ich bin gespannt. Steht weg von meinem Schmack. Du hast keine Arbeit. Bereit, um, um... Falsch zu machen. das wird das diese sein mitnehmen das hat auch schon eine dicke rüstung du hast auch schon eine dicke rüstung du auch wie schaut es hier so aus ok geee brusley geil da ist eine mörsergranate drin wow gut wir werden dann jetzt mit den ermittlungen dann glaube ich starten zum abend und wir brauchen halt die mine noch mehr einkommen und dann können wir uns quasi ein volles zweites team auch machen ich werde aber noch den blatt der ist halt ein guter kämpfer den können wir dann nämlich die cage fighters machen ich gehe mal davon aus dass da nämlich was kommt und er ist aber auch so noch ein ganz guter guter söldner sehr schön das ist die savannenküste das ist oben kakao ist unten kakao ist unten ich weiß gar nicht wo fleck hill ist sehr egal er muss halt hier hoch ich denke mal hey paul grüß dich alles gut können wir auch keine operations machen kakao ist angefangen ja bei mir ist alles gut mach jetzt hier noch ein bisschen und dann werde ich mich wohl noch ein bisschen auf die couch schmeißen ich bin einfach nur noch müde zurzeit ja das werden wir nicht schaffen entscheidender sieg 7 mg was hörst du denn vor allem mal so am am not im im vi im ich kann das mikrofon jetzt auch noch ein bisschen leiser stellen es ist eigentlich nur für vorne ich kann es höchstens noch ein bisschen leiser stellen aber Tastatur lief eigentlich immer was man das mitgekriegt hat I don't know aber Kinder kann halt auch mal ganz gut funktionieren weil das Fenster ist ja hier direkt nebenan ich kann das mitgekriegt oh 10 4 we're moving out Rauschen, hast du jetzt immer noch ein Rauschen, sonst müssen wir das jetzt nebenbei einstellen Musst du nur sagen, ob du da jetzt immer noch was hörst, großartig, ja, nein, dann frie mich hier rum Aber ist noch nicht weg, oder was? Oder hörst du noch ein Rauschen? And I don't remember making you one How did you even get in here? Give me a good reason why I shouldn't throw you out